Jo, Jungs, ey! Ich bin sauer! Ah, blau-sauer! Das Wasser ist zu warm, Leute, die Eisschollen schmelzen, ne? Ihr müsst ein bisschen aufpassen. Ehrlich? Du denkst, das Wasser ist zu warm? Ja, ich nehm mir grad mal kurz ne Probe, warte mal. Zieh mal deinen Rucksack aus, da! Zieh mal den Rucksack aus, du nüt mir redest! Ich bin der Rucksack! Nimm mir jetzt ab, den Rucksack! Nimm den Rucksack ab! Oh Gott! Mein Huhn! Er hat ja ne Glatze! Er hat ne Glatze! Er hat ja gar keine Haare mehr! Das kann ich nicht sagen, das ist durch den Schlag! Oh mein Gott! Ich hab beide ausgenommen mit einem Schlag! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Jungs, Jungs, ich hol euch hoch! Alter, wie habt ihr das überlebt? Passt auf jetzt! Ah! 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 Das hab ich doch gar nicht getrun! Bro, oh Gott! Nein, Mücken! Mücken! Oh! Ah! Kaspar, Hilfe! Hilfe Kaspar, nimm dich! Ich komm, ich komm, ich hab dich, oder? Ja? Du gehst auch baden, Bro! Du gehst auch baden! Hey! Hör auf damit! Ah! Hey! An meiner Brille! An meiner Brille! An meiner Brille! Oh! Oh! Pack euch jetzt in den Fleischwolf, ist mir auch egal! Es gibt hier... Oh! Nein! Jungs! Das war... Das war... Das war... Guck mal! Aber... Einfach nur einen Schlag! Hey! Einfach nur einen Schlag! Was denn? Komm mal her! Ich erzähl dir jetzt etwas! Ich jetzt! Siehst du diese pinke Größe da unten? Ja! Ich seh sie! Das verspricht dir ewiges Leben! Ehrlich? Wirklich! Sag mal! Sag mal! Hä, dann wirklich jetzt! Ich kann ja auch mit einem Schlag... Mit einem Schlag hau ich die da rein! Ich rech... Ich rech... Ich bin jetzt passbar, ne? Bro! Hey! Was geht denn bei dir? Hey! Lass mich los, Bro! Oh Gott, was? Komm, ewiges Leben! Ich bin wieder da! Hä? Hilfe! Er ist zu gut! Er ist zu gut! Oh! 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 Das ist der Kasper! Das ist der Kasper, Junge! Geh da rein! Geh da selber rein! Oh! Nein! Trink dir wohl nichts, Büroarbeiter Brock! Ich bin absolut der krasse Ingenieur Brock! Sag mal! Sag mal! Ja! Ja! Das können wir anders tun! Tingeltangel Bob! Oh! Ich hab gar keine Haare! Ey! Ey! Komm mal! Komm jetzt mal her, du! Alter! Nein! 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 Ja! Das passiert, wenn du dich in deinem Krieg legst! Ja! Ja! Ewiges Leben! Alter! Ewiges Leben! Ewiges! Ewiges! Richtig gut! Alter! Alter! Hör auf jetzt! Nein! Nein! Schnell! Oh! 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 Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh! Okay! Das darf doch nicht wahr sein, Alter! Ey! Es tut beleid, Kasper wegen ihm! Kasper! Wenn du möchtest, richtig an ihn! Du bist für mich ganz und ruhig, Digga! Du bist ganz und ruhig für mich! Ich mache ein bisschen Ingenieurkunst! Ey! Ich hab's nicht gerecht, Oslo! Ey! Was soll das? Runter jetzt von meiner Gondel! Ey! Geh runter von meiner Gondel! Okay, wir trennen uns! Bro! Chill! Chill! Nur meine Gondel! Ey! Er hat sich einfach gerecht! Ja! Chuchu! Wenn's erst vorne ist! Wenn's erst vorne ist! Ey! Lass mal zucken! Oh Gott! Oh Gott! Hört auf damit! Hört auf damit! Hört auf damit! Hört auf damit! Stopp das! Aufhören! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh Gott! Hier passiert irgendwas! Alter! Warte mal ganz! Warte mal ganz! Kasper! Was ist? Du hast mich... Ich bin schon ausgenommen! Nein! Ja! Hast du das gesehen? Du kaufst um eine neue! Ey! Aufhören! Du hast lassen! Ah! Ah! Hau ihn! In die Saiten! In die Saiten! In die Saiten! Tritt ihn in die Saiten! Oh mein Gott! Ich hab dich! Oh mein Gott! Ich hab ihn gerettet noch! Aua! 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 Ey! Ey! Was machst du denn? Oh Gott! Wir leben noch! Ey! Ich hab auch noch gelebt! Ich hab auch noch gelebt! Der weise alte Mann überlebt! Weil er sich rausgehalten hat! Weil er sich rausgehalten hat! Aber hier! Ohne Witz! Hier wird jetzt keiner von euch überleben! Oh Gott! Hoppa! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das war ganz so knapp! Jungs! Das sind meine echten Haare! Das ist ein Toupé! Komm mal her! Lass mich mal gucken! Nein! Auf! Lass mich jetzt bitte los! Bitte lass mich los! Ey! Ey! Hilfe! Alter! Boah! Spring! Spring! Oh! Ey! Das darf doch nicht wahr sein! Hör auf! Ich weiß nicht! Mann! Ist doch so ein Fehler von dir! Jungs! Pass auf! Das kann euch ausknocken! Das ist doch unglaublich! Ey! Hinter dir ist so ein Ding! Pass auf Kasper! Hinter dir! Ah! Ah! So ich muss hier mal ganz kurz das Ding untersuchen! Ich bin ja der Dachingenieur! Ich sagte wir wären Freunde! Ich geh direkt runter! Wir sehen uns jungs! Ich mach hier mal ein Test ganz kurz! So irgendwas stimmt hier nämlich nicht mit dem Ding! Guck mal! Ich wusste es ist, dass es so ein 1 und 3 wäre. Ah! 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 Ja! 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 Hier ist ein aggressiver Mann! Was? Oh! Hey! Ich zeig gleich mal, was ich mit dem Opa gemacht habe. Das hier mit dem Opa gemacht. Das da. Das wäre wichtig. Aua. Du Böller Opa-Schläger. Ich zeig dir das. Bamm, 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 bamm. Treten. Nachtreten, nachtreten, nachtreten. Alter. Opa, danke dir. Du bist der beste Opa. Natürlich. Komm nicht nach uns. Ich ziehe jetzt die Ohren lang. Niemals. Ihr kriegt mich niemals. Oh. Oh mein Gott. Jungs. Halt dich fest. Oh Gott. Ich hab dich. Ey, lass mich doch in Ruhe. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Das ist ein was. Ja, 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 ja. Ja. Entschuldige dich. Entschuldige dich. Niemals. Das hat euch kaputt gemacht. Entschuldige dich selber. Niemals. Oh Gott. Oh Gott. Oh rein. Lass mich in Ruhe. Okay, okay. Das war's jetzt mit dir. Sag deine letzten Worte. Sag deine letzten Worte. Ich reiße jetzt das ganze Haus auseinander. Ist mir egal. Mach einen Klimmzug. Wenn du stark bist, mach einen Klimmzug. Oh Gott. Opa, du machst dir mit dem Schild, Mann. Ja, ich warte. Ich warte, da steht er raus. Hilfe. Opa, los. Opa. Oh Gott. Das hat meine Frau gemacht. Oh Gott. Oh Gott. Ich kriege ihn nicht. Ich kriege ihn nicht. Was machst du, Opa, jetzt? Nein, wach auf. Wach auf, Kollege. Roter mit ihm. Oh nein. Nein, nein, nein. Ja. Was ist los mit dir? Du Alter, sag. Komm her. Nein. Nachtreten, nachtreten. Ich wollte dich rächen. Opa, jetzt mach doch mal. Oh nein. Oh nein. Alter, wie er mich weggeworfen hat. Das darf doch nicht wahr sein. Alles klar. Schön festhalten. Also, was ist eigentlich in deinem Rucksack drinnen, Kaspar? Da ist eine Rohrzeige drin. Nimm die mal raus. Nimm die mal raus. Nimm die Rohrzeige. Oh. Du sollst die Rohrzeige nehmen. Okay. Oh. Oh. Oh mein Gott. Sieh mich draus. Nein, du gehst wieder rein. Wieso? Oh nein. Oh nein. Hier kommen beide mit rein. Beide. Nein, nein, nein. Ihr gebt's. Nein. 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 Oh, Jungs. Was machen wir jetzt? Oh, Jungs. Du musst dich hochdrücken. Du musst dich hochdrücken. Oh, Jungs. Oh. 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 Jetzt nochmal. Läng dir nach oben. Ja, warte, warte. Läng dir nach oben. Nochmal. Warte. Ich will nicht sagen. Ich will nicht sagen oder so, ne? Nein. Bitte. Leon, du gehst mit down. Ich bin niemals. Wenn nur eine Kaspar. Die Scheibe, die Scheibe. Jetzt. Schnell, schnell, schnell. Oh Gott. Ja, ich probiere gerade, mich festzuhalten an dem Ding. Willst du separieren? Mach kaputt. Mach kaputt. Nein. Er macht dich kaputt. Alter. Ja. Mach kaputt die Stange. Ja. Ich mach ihn kaputt. Ich will mach dich kaputt. Oh Gott. Lass mich in Ruhe. Okay, Möker, warte. Lass zusammen auf die andere Seite. Schwing, schwing. Nach links. Nach rechts. Nein. 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 Oh. Oh mein Gott, Alter. Ich nehme noch. Nicht schlecht. Ich glaube, mir geht ein Licht auf, muss ich sagen. Ich weiß auch nicht, wie ich gerade drauf komme. Ich glaube, wir müssen nämlich in einem Containerschirm, was da hinten ist, das müssen wir den Weg zeigen. Aber die Lampe läuft nicht doll genug. Wir müssen es irgendwie sauber machen. Wir müssen es irgendwie sauber machen. Ah. Kann man das? Ja. Ja. Und weg damit. Weg damit. Gebt mal Räuberleiter. Gebt mal Räuberleiter. Warte, ich habe gerade zu tun hier. Du musst die Böne rausnehmen. Okay, warte, warte, warte. Jetzt. Geh auf meinen Rücken rauf. So, Jungs, warte. Auf deinen Rücken? Ja, geh rauf. Und jetzt hast du eine Räuberleiter. Ja, geh rauf. Hey, geh rauf. Hier ist eine Leiter. Auf deinen Rücken rauf. Auf deinen Rücken rauf. Oh Gott. Das ist doch keine Leiter. Auf den Rücken. Und. Ja, mach. Okay, warte. Oh mein Gott. Und jetzt rauf. Ja. Ja. Und jetzt. Ich höre, der Prias. Der Prias. Ich reparier's. Boah, er leuchtet schon viel. Hölla, die Hölla direkt. Oh mein Gott. Ich fliege in die andere Richtung. Ist ja andersrum. Räsi. Sehr gut. Räsi. 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 Ich glaube ich. Oh, ich bin blind. Ich brauche eine Doppel. Ganz ruhig, halt dich fest. Alles gut. Okay, okay. Warte. Ich muss mich hier erstmal ganz kurz hier. Was machst du? Oh, Alter. Alter, das war sehr falsch gerade. Wie sind die den ganzen Weg hiermit? Guck dir das an. Alter. Bam. Das ist so frech. Bam. Hab Respekt vor dem Alter, mein Freund. Komm her. Ich zeig gleich mal, was Respekt bedeutet. Hier. Was ist los? Ja. Schmeiß mich vom Leuchten, aber nicht meine Mütze. Lass mal. Oh, das traut sich nicht. Alter. Kasper, du hast meine Mütze. Nein. Nein. Meine Mütze hat ihn erledigt. Deine Elmette. Dich aber auch. Oh, Gott. Okay. Oh, Gott. Das war's. Was sagst du dazu? Das war's mit Kasper. Entschuldige dich. Gar nichts. Entschuldige dich, Kasper. Nein. Sag Entschuldigung. Nein. Okay, dann war's. Holy dear. Oh, mein Gott. Was sagst du jetzt? Oh, mein Gott. Oh, bitte. Nimm nicht. Mach nicht mehr. Sag Entschuldige dich. Es tut mir leid. Nicht. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Nicht. Okay. Du hast erkannt mehr. Du hast erkannt mehr. Du hast erkannt mehr. Es tut mir leid. Ich habe mich gerade entschuldigt. Willst du diese Hand umgehalten? Du hast eine Faust. Mann. So, ich zeige jetzt mal eine ganz kleine Führung. Eine ganz kleine Führung durch das Museum. Und zwar haben wir ein Aquariumuseum. Wir sehen hier vorne, sehen wir die goldenen Guppifische. Die essen nur goldenes Fleisch. Deswegen haben sie da auch goldenes Fleisch. Hier rechts haben wir die großen Guppifische. Die essen Menschen. Der sieht ein bisschen aus wie du. Die essen Menschen, oder? Ein bisschen schon, oder? Ey, was ist hier ein geheimer Bereich? Kann man hier öffnen? Ist das ein geheimer Bereich? Ja, ja. Oh mein Gott, hier gibt es Snacks. Ja, da müssen wir einmal aufmachen. Warte. Geht der Schlüssel gerade nicht? Ich habe den Schlüssel gerade nicht. Zieh mal, zieh mal. Ich nehme die Bank einfach. Ich nehme die Bank einfach, um das aufzumachen. Vorsicht. Gib ihm die Bank, gib ihm die Bank. Gib ihm die Bank. Oh mein Gott, pass auf. Schutzschild. Schutzschild, Schutzschild. Gib ihm die Bank. Schutzschild. Gerade vorbei, schnell. Alter, ich bin auf der Kracke drauf. Du hältst dich weg. Komm runter, komm runter. Ich habe dich. Okay, Jungs, okay, Jungs. Wir müssen ganz kurz hier weggehen. Das ist mir nicht geheuer. Kommt, 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 kommt. Aua. Hilfe. Oh Gott. An die Richtung. An die Richtung, Jungs. Wohle, ich alles gut. An die Richtung, Jungs. Jungs, schnell. Oh Gott, oh Gott. Schnee, Beheilung. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Schnee, Beheilung. Ist so. Stimmt, stimmt, stimmt. Ha, ha. Oh Gott. Oh Gott. Komm, 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 komm. Komm, alle weg, alle weg. Wir können doch probieren, die Kracke zu besiegen. Wir müssen dafür halt nur ein bisschen Geländer ausreißen. Okay. Stopp. Komm her, die Riesenkracke. Oh Gott. Jungs. Jungs. Ich habe dich, ich habe dich. Kaspar, fasst du hin? Nein. Kaspar. Kaspar. Nein. Ziehen. Ich zieh doch. Ich zieh doch. Danke, danke, danke. Okay, Jungs, wir müssen mit dem Weglaufen. Mit dem Schutzschild. Wie viele Arme hat die? So, jetzt. Es sind bestimmt drei oder so. Ab nach oben. Oh, oh. Oh, oh. So, warte. Ich bin, glaube ich, gerade ganz sicher. Ich sehe gerade ganz sicher aus. Alter, guck mal, was Leon hier für eine Taktik macht. Alter. Ich baue das jetzt, Jungs. Ich baue das jetzt, Jungs. Wir müssen eine Pyramide bauen. Pyramide bauen. Ich baue das jetzt, Jungs. Alter. Jungs. Meine Schutzschild ist weg. Was war es mit dir? Was war es mit dir? Oh, ein Krankwagen. Aber nicht für mich. Oh, Gott, ey. Er hat mich gerade fasst. Er hat meine Füße gestreichelt. Ich opfer ihn. Ich bin nicht als Opfer. Ich bin nicht als Opfer. Nimm den mit dem Rucksack. Nimm den mit dem Rucksack. Nimm ihn. Oh, Gott. Nein, bitte. Mit dem Alten. Der stirbt eh bald. Mit dem Alten. Was? Oh, mein Gott. Wo bist du, Willkarten? Wo bist du? Bitte. Ich bin unter Wasser. Oh, mein Gott. Ich hab mich. Wo bist du? Willkarten. Nein. Jungs. Oh, mein Gott. Kaspar, befreie dich. Befreie dich. Oh, Gott. Ja, nicht. Oh, Gott. Oh, Gott. Verdammt. Verdammt. Alter, Kaspar feitzt gegen den. Oh, mein Gott. Oh, Gott. Schnelle weg. Nein. Jetzt habt ihr mich. Nein. Oh, nein. Nein. Bro, ich hab so krass gegen auf die Gedanke geschlagen, wie ich konnte. Aua. 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 Lauf. Aua. Weg mit dir. Aua. Aua. Oh, Gott. Komm her jetzt. Oh, Gott. Der will stressen. Oh, Gott. Stress. Boah. Machst du. Hey, aua. Aua. Bum, Junge. Ey, ich hab dir gar nichts getan. Ich hab dir gar nichts getan. Bum, Junge. Opa. Komm her. Wie ist der Möker? Komm her. Komm her. Mein Sohn. Warte, wenn ich den Opa bin, dann bist du mein Neffel. So, jetzt nimm ich in mir diese hässliche Mütze, Alter. Was willst du mal mit der Mütze? Sag es mir. Rede mit mir. Rede mit dir. Aua. Lass doch zu essen sein. Einmal ein Menü. Cheeseburger. Ein Cheeseburger, ja. Komm sofort. Ein Chickenburger. Ein Cheeseburger. Ein Cheeseburger ohne Käse. Ohne Käse, ja. Und ein Hamburger mit Käse. Jimmy, machst du einmal einen Hamburger ohne Käse? Oder mit Käse? Wie war's nochmal? Hier, das ist der Praktikant. Das ist der Praktikant. Leon, geh rein jetzt. Hallo. Okay. Was soll ich auch mitmachen? So. Zum anderen Fenster. Hier können sie sich. Hier kann man sich eine Lebensversicherung holen. Hier können sie sich eine Lebensversicherung. Die sie brauchen werden. Oh. Das soll ich nicht bezahlt machen, Mann. Hey, das soll ich lebensversicherung. Oh. 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 Hier sehen Sie, wie der Chef gerade sagt, sie kann ihn vermöbelt. Oh. Bezahlen Sie bitte. Bezahlen Sie bitte. Okay. Sie brauchen, Sie brauchen Dinge. Holen Sie einen Krankmagen. Ey, au. Alter. Für Sie. Jetzt machen Sie das Internet kaputt hier. Ey. Oh mein Gott. Was habe ich gerade bekommen als Menü? Ah. Nuss. Ich komme. Aua. Nein. Hier wieder eine Nuss. Oh Gott. Nein. Dann erklären wir das anders. Ausfließbar. Ey. Ist das Spaß? Ist das Spaß euch? Nein. Wach auf. Alter. Wach auf. Du Opa. Ey. Das darf nicht wahr sein. Du hast gerade einen Praktikanten getötet. Habe ich gar nicht. Ich weiß nicht. Es war der Wohl. Ey. Opa. Ja bitte. Opa. Du gehst jetzt. Warte. Warte kurz dort. Warte kurz dort. Warte kurz. Ja. Okay. Kommen wir zum Fenster. Ja. Was hast du da? Oh. Ganz schön schwer. Der Karton. Was ist denn los? Er hat was vor. Er hat was vor. Was kann ich hinbringen? Oh. Jo. Du willst den Kopf? Musst du. Ja. Was machst du da hin? Was machst du da? Bade Junge. Junge. Bade Junge. Soll ich rumkommen? Willst du das hier? Ich komme rum. Oh Gott. Oh Gott. Das war es mit dir. Du gib einem Stridle. So Kaspar. Ey. Es war Spaß. Oh da hast du noch einen Cent. Der geht. Oh. Alter. Oh Ding. Hol ihn. So und ab mit Ziggy Novi Leon. Nein. Aus Fiesband. Ey. Du bist. Oh Gott. Wer jetzt drauf geht. Was machst du da? Oh Gott. Alter. Das war doch gar nicht. Leichtathletik. Was du da gemacht hast. Hier hast du mich niemals. Du kriegst mich niemals. Ja okay. Dann kriege ich dich niemals. Oh Gott. 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 Er hat ihn einfach geholt. Bro. Einfach verbrannt. Ah. Wuhu. Ey. Entspann du. Oh. Ey. Ganz kurz. Nein. Mach mal ganz kurz. Ey. Jungs. Ich hab die Leons. Ich hab die Leons zu Hause. Ich helfe dir. Nimm mich doch. Ich bin dabei. Nimm mich. Ich bin auch dabei. Ich hole dich. Ja jetzt. Schnell. Ich habe die. Oh. Ich wurde mich nicht aufhört. Ich wurde ausgeschlagen. Ist Kasper noch hier? Kasper? Möckern. Bitte. Jogi. Ich bin nur da. Halt dich fest. Es tut so weh. Ich bin nur da. Ich bin nur da. Bitte. Alter. Oh. Oh mein Gott. Alter. Runter mit dir. Ey. Was? Boah. Ja. Oh mein Gott. Jungs. Was geht? Was geht? Ab. Ab. Hallo. Loslassen. Loslassen. Ja. Immer mit so. Ich. Oh mein Gott. Guck mal. Das ist ein Hai. Alter. Das ist ein Hai. Nein. Den hab ich gezähmt. Wie den hast du gezähmt? Der heißt wie? Der heißt Anton. Anton, komm her. Jungs. Oh Gott. Oh mein Gott. Jungs, ich bin ins Wasser gefallen. Das ist nicht dein Herz, Bro. Anton. Anton. Alter. Ich hab ihn auch. Ich hab ihn auch. Wie habt ihr ihn? Anton, das ist meine Hand. Lass los. Bro. Woooooo. War ganz toll. Ich bin einfach eben runtergefallen. Die Boje war im Weg. Ja selbst schuld. Wuuu. Pass mal auf, ihr Leuchtgranaten jetzt hier. Ich komm jetzt mal ganz gut zu euch. Aha. Zeig aus. Das geht ja. Dieses Outfit tut dir immer noch nicht gut. Ich sag, ich bin immer noch der Meinung des Glück. Ah, 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 ah. Oh, dieses Sch... Du bist so ein hässlicher Schiedsrichter. Du bist der hässliche Schiedsrichter, den ich je gesehen habe. Au, au, au. Wie? Ey. Muuu. Kamehameha. Au. Oh. Oh. Alter. Das war knapp. Junge, das ging einfach direkt. Au. Ey, dich. Oh mein Gott, das kann ich mir. Ich hätte ihn runterschmeißen können. Jungs. Ey, also wirklich. Ich misch mich nicht mal ein und ziehe trotzdem ne Kopflos. Niemand hat Kaspar gekriegt. Au, au, au. Ich weiß, es ist meine Rache. Nein, das geht jetzt hier kaputt, Alter. Junge, lass die... Ja, er kann. Ich weiß, es ist meine Rache. Au. Alter, er nimmt deinen Hut. Er nimmt deinen Hut. Er nimmt deinen Hut. Lass meinen Hut in Ruhe. Wenn du das machst in Real Talk, du wirst dich ein... Oh. Kaspar ist gerettet. Hey, Kaspar. Wer? Ja. Ey, Kaspar hier runtergeschubst. Ich will keinen. Kaspar. Nein, hab ich nicht. Wieso hast du gerade so diabolisch gelacht? Aus Test. Um dich zu testen. Aus Test? Nein. Jetzt fall runter, Digga. Also echt. Ehhhh. Ey, was soll? Wirf ihn runter jetzt. Jetzt ermöbel ich dich. Oh Gott. Ganz easy. Ganz easy. Oh, komm bitte. Ich revere ihn nochmal drüber. Das wird dein Hut war nur ein Scherz. Hier. Was ist los mit dir? Nein. Das mit deinem Hut war nur ein Scherz. Gib mir deinen Hut. Ich hab ihn. Nein. Ohne Hut will ich nicht legen. Mein Hut. Jungs, lass mich ja raus. Lass mich ja raus. Okay, okay. Warte, warte. Ich nehme mir mal hier die Tür. Und jetzt, pass auf. Seht ihr das? Ich zieh auf. Öffnet sich da was? Nee. Warte, warte nochmal. Dann habe ich nicht genug Begriffen. Man kann hier eigentlich so richtig... Oh, oh. Was habe ich jetzt gemacht? Halt euch fest. Oh Gott. Halt euch fest. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Verdammt, Alter. Das darf wohl nicht wahr sein. Oh, 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 oh. Was war das? Ach mal, ey. Sag es. Oh, 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 oh. Da, 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 da. Hier gibt es doch was. Alter, das ist schon wieder auf mein Pizza Hut gehen muss. Digga. Digga, du lachst so dreckig, Alter. Oh, oh, oh. Digga, wie kann man so hoch? Alter, was geht jetzt? Ich bin on range. Ich hab jeden noch. Okay, okay, okay. Ich hab ihn. Den Hut. Jetzt. Passiert was. Mann, Digga. Ich respektier Hüte. Jetzt schmeißt euch auch runter. Jetzt macht euch keine Faxe da. Okay, jetzt schmeißt ihn doch runter. Ey, du, mein Bart ist verpackt zum Dings. Ah, ich glaub nicht. Oh Gott. Oh, oh, hä? Mein Hut ist alles aus Blei. Ey, beide Hüte. Alter, hier die Tür hat gerissen. Hilfe. Okay, jetzt schmeißt ihn doch runter. Hallo. Ich brauch noch meinen Hut. Wie du zehn Jahre wartest, Digga, und dann der hochkommt. Warte, ich bin da durch. Ich bin da durch. Ich bin da durch die Tür durch. Oh Gott. Ja, okay. Ich bin da durch die Tür durch. Ich warte ganz kurz. Warte doch. Ja, ich warte. Durch die Tür durchbalancieren. Ja, wir wollen noch zehn Jahre warten. Das ist... Mann, da ist ne Glasscheibe zwischen. Na gut. Ja, okay, so. Ey. Nein. Du machst die Tür zu. Warte. Komm mal raus. Komm mal raus. Wir kleiden das draußen. Wie Männer. Okay. Wirst du, man könnte auch deinen Kopf durchmachen. Das wollte ich machen. Komm her. Oh Gott. Oh Gott. Oh, oh. Der schmeißt doch rein. Der schmeißt doch rein. Der schmeißt doch rein. Der schmeißt. Ja. Ihr seid so ein Team, Digga. Ihr seid so ein Team, Digga. Unglaublich, Alter. Nein. Oh no. Unglaublich. Guck dir doch an wie ein Team, Digga. Guck dir an wie ein Team. Also echt. Ich ziehe nicht. Guck mal, das Ding ist echt jetzt nochmal noch. Digga, seid ihr am Tanzen oder am Kämpfen? Alter, ihr macht sofort auf. Na klar, das ist auch mein erstes Mal. Das ist auch mein erstes Mal. Ah. Für Kasper. Ich krieg ihn jetzt. Nein. Nein. Sehr gut. Runter mit dir. Runter mit dir. Auf Kasper. Also Digga. Also Digga. Oh. Nein. Digga. Was machst du denn? Digga. Das war's. Au. Au. Jan. Digga. Wie hier reingeslaget. Bitte. Ich brauch hier Hilfe, sag mal. Ja. Jungs. Sicher? Ah. Oh mein Gott. 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 Das ist nicht gut. Oh Gott. Ich bin da. Ah. Mann. Kann man nicht sein, Digga. Oh mein Gott. Alter mein Arm. Mein Arm hängt in der Tür fest. Ah. Wie? Ich krieg dich nicht runter. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh. Was macht ihr? Alter. Was machst du? Ich kann dich retten, wenn du willst. Ich kann dich retten, Digga. Rette mich. Wahrscheinlich retten. Das Team spielt. Rette mich. Rette mich. Rette mich. Rette mich. Rette mich. Oh Gott. Oh. Was? 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 Ich wollte euch retten. Was war die andere Tür? Oh. Digga. Was will nur auf mich, Bro. Was will nur auf mich. Lass mich in Ruhe, Digga. Also, Bruder. Du wirst das... Oh mein Gott. Digga. Digga. Du wirst das noch... Dann Spaß. Yeah. Jetzt rein mit dir da, du Hacks. Ich hack das Hacker. Du Hacks da, du blöder Fischermäck. Guck mal. Ah. Ah. Hat ja super geklappt, Kaspar. Bro, kann ich mal mit dir länger als 10 Sekunden leben? Boi, Jungs. Tschüss. Ey, wollen wir mal machen... Das ist so ein Witz, Digga. Das ist so ein Witz, das nehme ich direkt aus. Wollen wir mal machen, wer am längsten auf dem Holzbrett überlebt. Ey, lass doch mal machen. Ja, gut. Okay, okay. Kaspar beruhigt dich jetzt. Du teamst immer gegen uns beide. Bigga, was will ich team? Ich bin alleine gegen euch beide. Ihr seid nur zu zweit. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, jetzt geht beide auf dieses Holzbrett. Okay, warte, ich bin noch Holzbrett. Oh Gott. Ah. Nicht. Oh mein Gott. Ja. Ja. Kaspar, wo bist du? Hä? 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 Ich muss einfach weg, Digga. Ich merke, dass die einfach gegen mich sind. Alle beide. Lasst mich in Ruhe, Jungs. Okay, okay, okay. Jungs. Kaspar. Jungs, ey. Jungs. Ey. Was machst du denn? Der springt einfach runter. Hä? Digga. Also, ihr seid wirklich. Es ist wirklich unglaublich mit euch zu spielen, Digga. Das war mein letztes Video mit euch. Oh mein Gott. Ich hab ihn, ich hab ihn. Äh. Hä? 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 Gehst du denn jetzt? Ah. Ey. Oh. Deine Mitz. Ach. Attacke. Aaaaaa. generatesatanock. Archite. Ooh. Ooh mein Gott. Jamen, hier müssen wir jetzt richtig lang überleben. Hier müssen wir richtig lang überleben. Was? Lasst mich einfach in Ruhe. Lassen, mich beide einfach Digger. Geht beide auf den anderen LKW rüber, das ist mein LKW, das ist mein LKW, geht rüber auf den anderen, ich muss es ja wohl nicht nochmal sagen, oder was? Ja, du hast schon recht. Digga, hör rauf, hör rauf. Alter, Jungs, Jungs, lass mich los. Digga, dass ich da noch gegangen bin, ist nicht so schlecht, Alter. Chill doch. Ey. Wie unkorrekt kann man denn sein? Mörkan, du bist so ein unkorrekter. Mörkan, Mörkan, Mörkan. Oh mein Gott, ich will. Kaspar, mach doch was. Ja. Wie, ja? Wie, ja? Mörkan, Mörkan. Oh, oh. Wir machen es zusammen. Oh nein. Kaspar, ich hab dich. Mörkan, das war's mit dir. Ich kenne das Fall. Mann. Ich bin mir in die Zielerrunde vor mir schon. Was ist eigentlich los? Er hat einfach gewonnen. So, Kaspar, du darfst nicht auf die Gleise. Lass mich einfach bei den Ruhe. Du darfst nicht auf die Gleise. Lass mich, Digga. Guck mal, wie die nur auf mich gehen, Digga. Das ist ja wirklich frech. Kaspar. Öh, öh. Oh Gott. Nein. Ich werde mich niemals finden. Oh. Ich bin versteckt. Oh, ich bin versteckt. Ich bin versteckt. Ich bin versteckt. Ähm, ich bin versteckt. Ich bin versteckt. Zeig mal, zeig mal. Zeig mal, zeig mal. Boah. Für dich. Boah. Ey, sag ich, ich geh die ganze Zeit noch. Übernimm du ihn. Oh. Das Kaspar in Ruhe. Ach, Mann. Warte, warte. Bitte. Bitte. Ich hab dich. Ja. Komm, hoch. Ich spring, spring, spring. Ja. Oh mein Gott. Look at you. Leon. Leon, lass ihn. Leon, lass ihn. Er hört mich. Guck an. Der Einsatz zählt. Alter, ich hab Ohrringe. Der Einsatz. Ey, ihr kriegt jetzt so einen auf die Nase. Digga, bitte nicht auf mich. Warte, bitte auch nicht auf mich. Bitte einfach nur nicht auf mich. Bitte, Leon. Bitte entspannen. Bitte entspannen. Jungs, ich hink. Oh Gott. Warte. Jetzt. Ja, ein bisschen chillen, Digga. Was geht? Was geht? Bis am pennen oder was? Geht ab, ja klar. Digga, wie kann ich da noch gehen, Bro? Ich hab dich gar nicht mehr nur gegriffen. Wie gehe ich noch? Kann mir das einer erklären? Ich hab die Mütze, ich hab die Mütze. Warte, warte. Ja, die ist schwer, die ist schwer. Leon. Ey, Jungs. Digga, beide Noki, da bin ein Schlag. Das war krass. Warte. Ey, guck mal. Lass doch meinen Hut in Ruhe. Lass ihn in Ruhe. Ich wollte ihn. Kaspar, ich hab euch gesagt, dass er in Ruhe ist. Kaspar, wo bist du? Jungs. Ich greife dir jetzt auf. Ey, hör drauf. Kracke, hier, für dich. Ja, ist ihn. Nein, ist ihn auf. Alter, Alter. Kaspar. Jungs. Ja, du verrehtet. Ja, ja. Alter, ich kann ja den Mückern anders gegriffen. Juhu. Nein, frech halt. So, Jungs, passt mal auf jetzt hier. Was hast du da, hä? Oh. Erstmal steuern. So, will einer einsteigen von euch? Ja, ich. Ey. Ja, dann geh rein, geh rein, geh rein. Okay, geh rein, Mückern. Ich schütze die Darm rein. Und abfahren. Juhu. Ja, 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 ja. Wie kontrolliert er das Ding? Weiter nach oben. Nach oben? Kommt, 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 kommt. Was ist nach unten? Was ist nach unten? Jetzt, jetzt, jetzt. Jetzt, jetzt. Okay. Oh, reicht, reicht, oder reicht? Okay, und jetzt rüberfahren? Jetzt chillt einfach. Nein, 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 nicht rüberfahren. Achso. Alter, das sind Haie. Alter, das sind Haie. Das Ding ist, ich bin... Ey. Ich bin der Einzige, der geschützt ist. Oh, mein Gott. Ich bin der Einzige, der geschützt ist. Verdammt, ich bin ein bisschen sicher... Nein. Meine Griffkraft hat... Ich fahr dich hin und her, ich fahr dich hin und her. Bitte. Kasper. Oh. Oh. Ich muss dich hier, ich kann nicht mehr steuern. Alter, der will ich erst. Kasper. Nein. Mein Arm, mein Arm, bitte, 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 bitte. Leon, du musst was machen, du musst was machen, Leon. Mein Arm, mein Arm, mein Arm, mein Arm. Oh. Ja. Ja, mit denen. Alter, ich bin wirklich. Stark, stark, stark. Ich hab mich runtergeschlagen. Warte, Leon, ich will deinen Arm an den, ich will deinen Mökern an den. Der Mökern ist voll der Köder, der ist von der Art hochgesprungen. Was heißt Köder? Jetzt, 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 jetzt. Nein, nicht. Nicht. Oh mein Gott. Ich wollte gerade nichts machen, sag mal, entspannt euch. Warte, Jungs. Ja. Jungs, hallo. Ich bin jetzt noch der Einarmige, Pirat, Kasper. Ich bin nur noch der Einarmige. Oh. Ich bin weg, ich bin weg. Ich bin weg. Oh Gott. Oh Gott, ich wollte hier stehen. Jungs. 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 Ich muss vom Hai gegessen. Hoch, 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 hoch. Hoch. Nach oben. Nach oben nach oben. Sprich auf den Käfig. Sprich auf den Käfig. Alter, keiner von euch hat mir geholfen. Okay. Ich hab die Reihe an den Schwarz festgehalten. Es war schon zu spät. Mökern, los. Fahr mich weg. Mökern, nach oben. Mökern, wir wegfahren. Mökern, fahr mich. Die Kajüte. Oh Gott. Oh Gott. Mökern. Wie? Mökern. 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 So verschwitzt seid ihr, dass ihr die Kamein miteinander springt. So verschwitzt seid ihr heute. Aua. Kommt ihr jetzt. Kaspar. Beruhigt dich. Beruhigt dich. Beruhigt dich. Ihr beide beruhigt euch. Ihr beide beruhigt euch. Jau. So. Ey. Ich glaub jetzt Mökerns Mütze ist mir egal. So. Nimm die Mütze schnell. Nimm die Mütze schnell. Eine blöde Glatze sieht glatzenlos. Oh nein. Ey. Ey. Spiele. 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 Oh mein Gott. Lenk du ihn ab Leon. Ja. Lenk mich ab. Komm. Lenk mich ab. Das war's. Kaspar Hilfe. Ja. Ja. Ich hab Ziel. Ja. Lenk ihn ab. Ja. Lenk ihn ab Leon. Ey. Bro. Ja. Oh mein Gott. So. Wo ist Leon? Wo ist Leon? Echt Digga? Ey ey ey. Ey ey. Bro. 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 Au. Au. Es regnet wirst die Jungs. Ey. Ey. Ich unkorrekt. Digga. Alter. Das war krass. Jo man. Ey. Was geht ab Alter? Fährt der Zug bei dir auch die ganze Zeit vorbei? Ich warte hier auf den Zug schon seit drei Stunden. Es ist so nervig man. Ey. Guck mal wie lange ich hier schon sitze. Hält nicht einmal an. Ey du da hinten. Sag mal. Fährt der Zug bei dir auch immer vorbei oder was? Ich sag euch Jungs. Ich warte hier bestimmt schon eine halbe Stunde auf den Zug. Der fährt immer nur vorbei. Was soll das? Ey. Da könnt ihr hier ausrasten. Ich sag's dir Alter. Also. Mann Alter. Beruhig doch mal. Jungs. Beruhig doch mal. Jungs. Beruhig doch mal ein bisschen. Hey. Sag mal. Hey. Das gehört doch jemandem. Ich warte hier schon seit drei Stunden. Hör mir mal zu. Ich nehm dich jetzt mal zur Brust. Ey Junge. Das ist kein Geruch. Jungs. Chill mal hier. Alles entspannt. Hallo. Sag dich. Ist doch alles gut. Du beruhigst dich mal ein bisschen. Ihr könnt euch einfach mal eine Cola jetzt essen. Jungs. Alter. Sag mal. Was seid ihr für welche? So. Jetzt schnapp sie dir hier. Du kannst sie raus suchen. Ich nehm mir hier die Cola. Wart mal. Hier. So. Komm raus da. Wollt ihr auch eine? Weißt du was ich von der Cola halte? Oha. Da kommt keiner raus. Runter mit dem Automaten. Jungs. Jetzt kommt. Hört auf jetzt bitte damit. Jungs. Okay. Wenn ihr keine Cola wollt. Alles gut. Ich hab hier auch noch Bifi. Jungs. Was soll das denn? Alles gut man. Hey. Oha. Oha. Ich sag's dir. Oha. Oha. Ich kann nicht mehr Alter. Oha. So Leute. Wir sind hier im Maschinenraum. Ich guck mir den Bumstier mal an. Warum die Züge immer vorbeifahren. Bitte fasst hier nix an. Ey. Das sieht ja mega gefährlich aus. Alter. Das sieht echt mega gefährlich aus. Kennst du den mit sowas aus? Hier arbeitest du immer. Na? Das hier ist auf jeden Fall der Drehwurm X2400. Ach. Ja. Aber was ist hier? Wieso ist das hier so lila auf einmal? Ey. Kann man hier dran fragen? Das ist auf jeden Fall die miese Säure da unten. Kannst du reden? Okay. Das ist die miese Säure. Nicht die gute, die miese. Ja. Da? Also wenn du da rein fliegst Junge. Dann propeller es dich komplett aus dem Mond. Alter Schwede. Okay. Was ist eigentlich wenn man hier mal seine Wut rauslassen möchte bei der Arbeit? Macht man dann einfach irgendwie so? Wie das? Junge. Du sollst das Geländer da dran lassen. Sei dir wahnsinnig. Es war doch nur ne Frage. Sag mal. Ey. Ey. Du kleiner Junge. Warte. Warte. Wir müssen helfen. Wir müssen helfen. Ich mach's so. Deno halt mich fest. Greif mich. Warte. Warte. Nein. Oh. Wir müssen so ein Geländer greifen. Jungschen. Ich reiß den Geländer raus. Warte kurz. Jungs bitte. Ja. Ich hab ihn. Deno Hilfe. Zieh mich. Ich mach das. Kommt. Kommt schon bitte. Deno zieh. Du hältst die Stange fest. Die hängt dann noch fest. Du musst die Stange loslassen. Okay. Ganz locker. Ja jetzt. Wir haben ihn gerettet. Aiaii. Ja. 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 Ist okay. Au. Ist okay. Ist okay. Mein Gott ey. Guck doch mal hier mal die ganze Granate an. Wooppa. Wooppa. Was kannst du jetzt hier machen. Erklär uns mal ein bisschen. Ich hab aggressivprobleme. Ich tu mal leid. Es tut mal leid. Ich war mal was. Ich hab traverses Problem. Was macht ihr hier? Alter, was mischt du denn? Ich schnapp seinen Helm jetzt hier. Ich schnapp dir seinen Helm. Dauer, Kaspar, Kaspar, ich nehm mich runter. Bitte los jetzt. Okay, okay. Das kannst du so haben. Das kannst du so haben. Hey Jungs, was ist? Der Bauhelm. Weg mit dem Bauhelm. Der Bauhelm ist weg. Jetzt sind wir alle auf einem selben Level, Deno. Das vergesse ich dir nie. Ey, bitte lass mich. Nein. Ich muss jetzt hiermit. Ey, was habt ihr denn gemacht? Oh mein Gott. Ich wollte mir gerade den Stab holen. Baseballschläger. Jungs, ich glaube, ich habe den Fehler hier oben gefunden. Ich guck mir den ganzen Bums mal an. Bleib da unten, okay? Können wir dir irgendwie helfen? Ich soll da unten bleiben. Du hast deinen Helm verloren, Deno. Du hast deinen Helm verloren. Soll ich dir den wieder bringen? Bring mir den Helm mal hoch da. Ich bringe ihm mal ganz kurz deinen Helm wieder. Bitte. Ich helfe dir mal. Kann ich dir helfen hier? Deno, hier oben dein Helm. Du brauchst halt deinen Helm zum Arbeiten. Du sollst da unten bleiben, habe ich gesagt. Bleib da unten jetzt. Deno, hier dein Helm. Ich will doch nur helfen. Deno, dein Helm. Oh Gott. Ich nehme dein Helm jetzt. Ich will doch nur helfen hier. Nein. Ah, Jungs. Hilfe. Oh mein Gott, ich muss runter. Oh Gott, oh Gott. Brocksum, lass mich los. Hey, hey. Hey. Kaspar. Kaspar. Hey. Kaspar. Oh Gott. Das war richtig knapp. So, ey, lass mich jetzt los hier. Pass auf jetzt. Was ist denn los? Pass doch immer mit der Ruhe, Jungs. Aua, lass mich doch bitte runter. Hast du gerade meinen Kollegen? Oh, sorry. Nein. Bitte. Ist doch kein Grund, ich los zu bringen. Komm, wir boxen wir jetzt. Komm, wir boxen wir jetzt. Was, Digga? Du boxst hier gar keinen, Junge. Wir boxen den Bauarbeiter, Brocksum. Komm. Auf den Bauarbeiter. Hau den Bauarbeiter ein auf den Dötz. Rein mit dir. Oh. Ja. Alter, Kaspar. Da kriegst du den Kopf los, Junge. Leg dich nicht mit den Dino an, Junge. Ich muss dich jetzt aber bei der Polizei melden. Ist das schon bewusst, ne? Die Kiste verbringelnden Bauarbeiter, Mann. So weit ist das schon gekostet. Was musst du hier machen, Brocksum? Ich muss dich jetzt leider bei der Polizei melden. Du hast gerade jemanden umgebracht. Du kriegst mich doch nie. Das wissen wir beide. Weg mit dem Scheiß, ey. Ich hau dich jetzt. Pass auf, Alter. So, Kollege. Hey, komm mal hier hoch. Kaspar Reinfeld, Digga. 5 Euro, bitte. Kaspar. Selber Reinfeld. So, ausgetrickst hab ich dich. Und jetzt schnell weg hier. Da nehm ich dich nämlich. Und dann schweif ich dich rein. Meinst du so? Digga, der Wrestler gegen den Drachen. Du bist gleich. Oh, da hat der Drache gekostet. Oh, da war das. Was war's mit dir? So, pass auf, Alter. Ich zeig dir jetzt mal, wie das läuft hier. Ich kommentiere. Du hörst jetzt mal auf. Und jetzt nehm ich dich hier. So, pass auf jetzt, Kollege. So, pass auf. Bleib erst mal liegen jetzt hier. Bleib mal liegen. Bleib mal liegen. Du lässt mich jetzt mal... Aua. Also, wir gehen jetzt mal ganz kurz hier rein. Ey, lass mich bitte runter. So. Kaspar, rein mit dir. Hier. Sag mal, hör auf, jetzt zu hauen. Du gehst jetzt da mit rein. So, Kollege, komm jetzt hier mal mit. So, zack, rein mit dir. Kaspar, ich... Nein! Was? Mein Schwanz! Mein Schwanz! Mein Schwanz! So. Aua. Ich rette dich. Ich rette dich. Kaspar, ich rette dich. Kaspar, da sind wir wieder. Das tut mir leid. Ich wollte dich retten, aber... Bro, pass auf. Ich nehme dir das echt nicht übel. Aber weißt du, wem ich das übel nehme? Dem hässlichen Bauarbeiter da hinten. Hä? Dem gelben. Ding, pass mal auf, Junckchen. Du hast mich da eingeworfen. Das hast du auch verdient. Du Mörder. Kannst du dich da noch dran erinnern? Oh Gott, ich glaube, ich glaube... Wieso wirst du so laut? Du lässt mich in Ruhe. Der Wrestler habe ich jetzt hier. So, komm mal mit, Kollege. Komm mal mit. Der Wrestler schon wieder. So, komm mal mit, Junckchen. Ich zeig dir jetzt mal. Ja, komm doch. Du musst arbeiten. So, komm mal mit jetzt hier. Ich zeig dir... Jungs, bitte entspannt euch. Auseinander. Auseinander. Lasst euch los. Auseinander. Jungs, Jungs, ey, ey. Du hast einen Schredder unter uns. Schon vergessen? Hey, du. Komm raus jetzt, komm raus. Komm, komm, komm. Komm, wir nehmen dich, wir nehmen dich. Alles gut, alles gut. So, ich glaube, wir haben ganz kurz seinen Helm hier oben. Alle in eine Seite. Alle in eine Ecke. Hand, Hand, Hand. Hey, hört auf. Jungs, bitte. Reicht mir langsam mit dir. Oh, der Helm. Du benimmst dich. So ein Helm. Du hörst jetzt auf, Dendo. So, Jungs, ich mach jetzt hier mal was ready for euch. Geh in die Ecke. Ich mach jetzt hier mal was ready. Na, was, was denn? Was hab ich dir getan? Ich hab dir doch gar nichts getan. Ich hab dir nichts getan. Also, das finde ich ja wirklich fies. Das war, das war. Das finde ich ja wirklich fies. Das war, das finde ich ja wirklich fies. Kaspar. Das ist, ja. Hast du gerade mein Freund umgebracht? Du hast mir also meinen Helm geklaut. Weißt du was? Ich, ich, ich drehe dich. Ich, ich drehe dich. Nein, Mann. Ich drehe dich. Wer will in die miese Säule rein, Junge? Du. Hey, bitte nicht. Bitte nicht. Nein, nein, nein. Nein. Guck mal hier. Warte, ich, ich, ich tanze dich. Hör auf, ich tanze, ich tanze, ich tanze auch schon, okay? Äh, Chaka-Hala-Tho-Chotaka-Tho-Tho-Tho-Tho-Tho-Tho-Tho. Schwing das Bein. Ah, schwing das andere Bein. Oh, siehst du, ich kann auch gut tanzen. Finde ich gut. Ja, doch. Warte mal ganz kurz, Digga. Ich mach nochmal einen richtig guten Tanz. Ey, ich kann auch, ich meine, meine Füße, meine Füße, die können auch treten. Nicht das hier. Du lässt dich aber auch, Digga. Komm. Oh, 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 oh. Hey, nein. Was mit dir? Rein, oh, oh, Gott. Mein Bein. Mein Bein. Ey, Denno, du Killer, Alter. So, jetzt zeige ich euch mal hier. Ja, bap, 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 bap. Ich hier drauf hab. Alle gegen alle. Ich mach meine Dino-Superkarte aus. Na, Kasper. Na, Kasper. Na, Kasper. Hey, nein, 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 nein. Ja, was? Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Yo, wie findet ihr mein neues Outfit? Ey, dann auch wird sie tatsächlich cool aus. Ja, ne? Boom, ey, krass aus. Boom, boom. So, pass auf. Und zwar, wir haben heute jetzt eine Mission, Leute. Wir haben heute eine Mission, wir müssen heute probieren, solange es geht zu überleben, ja. Oh mein Gott. Ich hab ein bisschen gewünscht, deswegen bin ich auf jeden Fall Profi geworden. Ich muss es nochmal ansagen. Ganz kurz, ist das schon so schlau, was wir hier machen auf der Hinseite? Bro, ganz kurz, es ist nicht so schlau. Es ist, Bro. Ja. Ja. Oh mein Gott. Komm rüber, ich habe, komm rüber. Das darf nicht wahr sein. Ich komm rüber. Ja. Ey. Okay, also bestes Beispiel, was wir nicht machen sollten. Boah, ich fühle mich jetzt, wenn wir hier schön Kasper reinwerfen. Wolltest du mich reinwerfen? Digga, wir haben eine Mission, wir müssen alle Banken in den Pool werfen. Oha. Banken? Ihr meint alle Banken, ihr Idioten. So, okay. Nein. Digga, war ein Deutsch, ne? Alle Banken. Oh mein Gott. Kracki kommt schon. Kracki? Kommt schon? Da ist Kracki. Tentakel-Tony heißt der. Wie heißt er? Tentakel-Tony. Ey, du bist Tentakel-Tony. Ich schaue, ich schaue, ich schaue, ich schaue. Komm, lass mal den Tentakel tragen. Zack. Oha. Der hat Hunger, der hat Hunger, der hat Hunger, Jungs. Ich sag's nur. Ja, er hat Hunger. Alter, guck mal. Wir besiegen ihn. Wir besiegen ihn so. Tentakel-Tony, Tentakel. Oh Gott, nein. Nein, 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 nein. Ich hab Angst. Er hat lange Tentakel, ne? Alter, wir haben alles kaputt. Er macht alles kaputt. Ist so. Komm mit jetzt, Jungs. Schnell, Tentakel. Huch tragen. Hier ist noch eine. Komm. Wohin? Okay, ich hab alles rein. Alter, wie Profis. Jungs. Jungs. Ja, wir haben ja, wir haben ja, oh mein Gott. Jungs. Jungs, bitte. Nein, ich hab dich. Ich hab dich. Lass die Bank nicht los. Jungs. Ich hab dich. Jungs, bitte, Hilfe. Hol dich. Nehmt die Bank. Wie? Mürkan, zieh die Bank raus. Nee, es geht nicht. Mürkan. Zieh die Bank raus, Mürkan. 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 Ey, das darf doch nicht wahr sein. Ey, ich bin mit uns. Alter. Alter. Ja, ich war, also. Ey, was machst du? Wir sollen das halt überleben, nicht kurz. Ey, lass mal machen, wer am längsten auch ein Fließband überlebt. Ey, Jungs, chill. Okay, okay, okay. Easy. Geht's aber schwer, ne? Ohne, ohne den Locken, oder? Ja, ja, natürlich, ohne den... Ich bin noch. Oh mein Gott. Zack. Aua. Ey, ich mach doch nichts. Das ist, das ist das Hühnchen, ne? Aber jetzt reicht's mir. Jetzt reicht's mir. Ich hau euch gar nicht. Ah. Ja, ich dich auch nicht. Ich dich auch nicht. Ich hau dich auch nicht. Au. Alter, Mann. Er hat mich aggressiv gemacht. Es tut mir leid, ich komm wieder rein. Ich merk das schon. Ich merk das. Komm mal. Wir sollen lange überleben hier. Warum haust du mich denn? Alter. Hier. Hey. Und jetzt rein mit dir. Hey. Was ist doch los? Alter. Und mit dem Oma-Hut. Ah. Ich hab ein bisschen Angst hier. Hör auf jetzt. Wir nimm dich. Ich will dir auch nur einen Kuss geben. Ey. Gibt's einen Kuss? Ich laufe, ich laufe. Das war ein Junk. Oh mein Gott. Hast du das gesehen? Oh, Digga. Lass mich hier schlafen oder was? Bam. Komm schon. Ich muss hier. Ich muss hier mit. Ich muss hier mit. Ich muss hier mit. Ich muss hier mit guten Sachen abwerfen. Bro, bitte. Oh mein Gott. Bitte, bitte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Selbstzatte. Ey, auf jetzt. Benehmt euch doch mal ein bisschen, Jungs. Es ist los bei euch. Du hast mich. Du hast mich. Zühlt euch an. Ey. Okay, es ist mir leid, es ist mir leid, es ist mir leid, es ist mir leid, es ist mir leid. Deine Köpfe sind die härtesten Köpfe, die dich abbekommen haben. Bam. Nein. Nein. Jetzt reizt mir. Was warst du nun? Da liegst du. Da liegst du. Oh Gott. Oh Gott. Arbeitst du für den Umzugsservice, Leon? Ja. Und zwar. Okay, das sieht mir nicht so aus. Das ist die Kopfnuss-GmbA. Oh Gott. Oh nein. Rauf bitte, du hast die Spann. Jetzt kommt. Nebel, lass das alles raus. Mach das die Spann drauf. Ey. Hey. Hey. Chicken Nuggets. Oh Gott. Oh Gott. Das war gefährlich. Ey. Oh mein Gott. Bitte, bitte. Das reicht mir jetzt. Alter. Wie ihr euch verbündet habt. Ich lege mich nur hin. Ich bin nicht noch. Hallo, wir müssen das hier alles vorne ins Feuer werfen. So. Lass uns da rein. Ey. Jungs. Alter, lass uns da zu zweit auf mich. Ey. Was ist mit dir los, Omi? Unglaublich. Ey, nein. Jungs, bitte. Jungs, hilf her. Hilfe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin ja auch noch richtig aufgewacht. Alter. Alter. Jungs, das ist gerade nicht groß zu machen. Ich bin auch gerade nicht Nug. Alter. Gas, war? Oh ja. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh nein. Alter, wie er da hängt. Oh, ich glaube nicht. Warte. Das wird nicht klappen. Es ist heiß. Die Stange. Die Stange. Oh mein Gott. Bitte, bitte, bitte. Okay, okay, okay. Warte. Nein, ich bin zu jung. Bitte. Nein. Jungs. Jetzt sieht es ja ganz anders aus. Ich habe ihn. Ich habe dich, Bro. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter. Ich habe ihn so weggekickt. Ich habe ihn so weggekickt. Ninja Kick. Ich habe einfach nur chillen müssen. Oh mein Gott. Ganz schön. Ring dich. Ich weiß. Ja, hier geht es darum, wer am besten balanciert. Das bin ich. Kommst du auf. Es dreht sich. Es dreht sich. Wenn einer nach unten geht, geht das ganze Schiff nach unten. Oh. Ehrlich? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Mach dich, soll ich den? Nicht so. Das reicht. Okay, okay. Nein, nein, nein. Kassel hat angefangen. Ey. Oh mein Gott. Nein. Nein. Oh mein Gott. Alter, du wolltest dich runterkicken. Das werde ich nicht vergessen. Ey, Kassel, wollte ich gar nicht. Alter. Ist der aggressiv unterwegs heute? Oh. Ninja Kick. Ninja Kick. Oh nö. Oh. Oh. Kau ab. Jungshilfe. Bitte. Pua. Oh mein Gott. Nein. Jungs. Wo es nur kann. Ich bin ganz unten. Komm runter. Ja, Digga. Wee. Komm runter. Komm runter. Fretensaktion, komm. Was hast du da? Okay, warte. Ich bin auf dem Weg. Ja. Ja. Oh, du machst das. Oh. Alter. Ich musste zu dir kommen. Auf die Richtung. Alter. Oha. Ja, nicht schlecht. Komm, tja, tja. Ey, ich wollte dich gerade. Wow. Oh, nicht schön. Ja, Jungs, kommt mal ganz kurz mit hier links. Da ist ein Secret. Hier ist das wirklich ein Secret, ne? Ah, Bro. Muss das sein? Ich kann auch so schon mal liegen. Guck mal. Ich kann auch so schon mal liegen. Hast du dieses Kuscheltier gewonnen? Guck mal. Ich hasse es. Ich hasse mein Cave. Ich hasse mein Cave, Jungs. Wie, wieso das denn? Mann, das nervt immer nur. Alter. Ja, das schmeißt mich doch. Lass ihn los. Dann mache ich doch. Ne, das machst du nicht. Ey, jetzt, ich werde euch so runterhauen jetzt, na? Der erste Leute, die hast du Pech gehabt. Dass ich immer an alle glauben muss, Digger. Ey, nein. 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 Ja. Komm mit deinem Cave. Runter mit dir, Digger. Komm mit dein Cave. Was war die Code los? Aua. Nein. Ja. Alter, war das knapp. Ja. Es reicht jetzt die Laterne raus. Ey, ich bin schon wieder... Also, mein... Also, der... Lass los. Deine Hand, ne? Lass los. Wie willst du das jetzt an? Kaspar, komm her. Oh, mein Gott. Ich kann nichts dafür, Digger. Helf mir doch dann hoch. Ich kann nichts dafür. Ich halte doch schon. Ich zieh doch schon. Oh, danke. Sag mal was. Was? Der hat den einfach gerettet. Alter. Alter, Leon ist gegen uns. Ey, nein. 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 Oh, mein Gott. Was ist denn los, Digger? Der ist Burger auf ihn gefallen. Leron, komm, 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 komm. Jungs, bitte. Wir kriegen ihn, wir kriegen. Der hängt da. Geh du auf. Vorsicht. Alter, deine Arme. Deine Arme, Bro. Jetzt helfe bitte hoch. Deine Vorsicht, Jungs. Geh runter. Nein. Oh, mein Gott, Jungs. Was ist das? Äh. Warte, warte. Äh. 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 Das war's mit dir. Ich hab... Ich hab... Ich hab das erstes unter... Ja. Hat gar keinen Sinn. Hat gar keinen Sinn. Ja. Oh, mein Gott. Okay. Okay. Die Schollen brechen uns auseinander. Nicht so viel bewegen. Hallo. Ich weiß. Ich kann das aber... Habt ihr es gehört? Vielleicht habt ihr es auch gehört? Es gibt hier einen Megalodor, der piste hier irgendwo rum, ne? So ein Riesenhai. Ja. So ein Riesenhai, ja. Und ich weiß nicht, ob ihr es wusstest, ihr könntet den an der Flosse... Hör auf. Ihr könnt euch an der Flosse festhalten von dem Hai, und dann fährt der auch mit euch rum. Da kann man ihn reiten, ne? Da kann man ihn reiten, ja. Oh. Hör auf, Leon. Leon, du warst ein bisschen so aggro die ganze Zeit. Ja, ne? Irgendwie... Was ist los bei dem heute? Richtig so. Ey, wusst... Ey, ich war schon mal... Ich bin aggro. Ich bin heute aggro unterwegs. Ja, ich seh schon hier. Ey, nein, es war nur ein Spaß. Es war nur ein Spaß. Leon, beruhig dich! Wo ist der Hai, Jungs? Beruhig dich selber. Ja, ich bin nah. Ich bin sauer. Beruhig dich. Ich bin sauer. Ich bin so sauer. Ich bin so sauer. Kaspar, ich bin sauer. Junge. Kaspar, ich bin sauer. Ich mach doch gar nichts. Sauer. Ich mach doch gar nichts. Sauer. 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 Ich mach jetzt ein Dance, okay? Wenn er redet, welches Lied das ist. Ich mach den Chicken Dance, guck mal. Chicken Dance, Chicken Dance. Ich kann's auch Ding hier machen. Hey, watch me whip. Ich mach den, der andere Taler Dance. Chicken Dance, Chicken Dance, Chicken Dance. Hu hu hu. Hey, du bist ja. Ich hab mich ausgechickened, Bro. Oh mein Gott, der Hai war doch gleich. Aus Versehen. Alter. Wo ist denn der Hai? Der müsste ja eigentlich gleich kommen. Eigentlich läuft der Tätig herum aus der... Richtig aggressiv geht ihr gegenüber jetzt, ne? Wenn du bescheiden weißt. Trau dich. Ich trau mich. Ich trau mich auch. Pass auf, pass auf. Ich will mir was zeigen. Und zwar kann man den Superman machen. Pass auf, seht ihr mich? Oh. Hört auf, Junge. Hör auf, ich will Superman machen. Pass auf jetzt. Habt ihr gesehen? Heavy. Oh, ihr habt kommen echt. Was war der? Oh nein. Und... Alter. Amhut, amhut, amhut fassen. Amhut fassen, bitte Jungs. Hä, was will der? Kennst du den da unten? Jungs, bitte amhut fassen, bitte. Ist jetzt kalt. Okay, ich hab dich, ich hab dich. Ich hab dich. Das war so unkorrekt sein, Digga. Das war... Das war... Oh, der Hai ist da. Ne, ne? Ist der wirklich klar? Warum haust du ab? Warum haust du ab? Warum haust du ab? I say wap wap. Ey. Oh Gott. Ey. Oh, es wird kein Lock hinaus. Ja, natürlich. Guck mal. Nichts leichter als das. Komm her, komm her. Trau dich. Trau dich. Machst du mal den Superman für Kaspar? Ja, sehr gut. Da, 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 da. Oh Gott. Da, da, da. Oh Gott, Jungs entspannt euch. Da, 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 da. Oh nein. Was war's für euch? Nein. Was war's für euch? Was war's für euch? Nein. Was war's für euch? Nein. Die Scholle. Mach weiter. Da kommt der Hai. Der Hai. Der Hai kommt. Nein. Leon. Bitte. Ich hab... Oh mein Gott. Oh nein. Der ist gerade reingekommen, ey. Nein. Alter. Ich chill noch in meiner Ecke ein bisschen. Wir haben jetzt erstmal eure... Oh. Ich war ganz allein. Hallo. Ah. Okay. 1 gegen 1 gegen 1. Okay. Wer als erstes? Wer als erstes? Wer als erstes? Ich gebe euch so eine Rückhandstelle. So eine Rückhandstelle gebe ich euch. Bam. Jungs, du musst kurz Liegestütze machen. Warte, ich muss Sit-Ups machen. Guck mal. Ich kann's euch erklären. Ah. Hört ihr das, wie ich hier klopfe? Kaspar. Ich kann's hier erklären. Okay, erklär mal. Jungs, ihr könnt keine Liegestütze. Ich bin der Beste im Liegestütze. Alter, komm was er macht. Sit-Ups, Digga. Ich hab Liegestütze. Ey. Ey. Möckern. Darauf eine Faust. Alter, das war richtig gut, ne? Komm, was ist denn der? Das chicken ritt. Also wirklich. Das chicken wieder. Möckern, komm, wir binden, wir binden Möckern. Wir verbinden uns. Ey, nein. So. Ey. Aus der See, aus der See, aus der See. Ja. Ich bin das beste Chicken der Welt. Alter, was geht bei ihm ab? Alter, was geht bei ihm ab? Jetzt kommt immer die Boxfähigkeiten raus, ne? Ihr habt keine Sch... Oh. Hey. 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 Oh, RKO. So. RKO. Oh. Ey, nein. So, jetzt liegst du da. Was machst du nun? Kasper, das bin ich. Oh. 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 Guck mal, das ist 31er. Oh. Ey, Bu. Sch. Ey. Mann, Ruhe. Nein. Korrekt, Digga. Korrekt. Ich nehm ihn. Das ist in einer ecklichen Ecke. Jetzt auf ihn einboxen. So. Ich hab Kasper. Das war ich. Gib ihn. Gib ihn. Oh. Gib ihn. Gib ihn. Oh. Au. Nicht. Jetzt in die Ecke, in die Ecke. Du hältst ihn, ich boxe auf ihn ein. So. Was war das gestern? Halb du ihn, halb du ihn. Aua. Was war das gestern, hä? Sag mal, das kann doch nicht sein jetzt. Jetzt dreht die Omi durch. Ey. Warte kurz, Kasper. Wir machen das jetzt gleich. Nein. Ich bin 99. Hol ihn, Mökhan. Hol ihn. Jetzt langt mehr. Oh mein Gott. Alter. Oh nein. Oh nein. Guck mal, das Ding ist. Nein, 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 nein. Oh, er kriegt's nicht. Er schafft's nicht. Er schafft's nicht. Mann, ey, was geht das nicht? Er schafft's nicht. Kannst du das los mit dir? Oh, das war's mit dir, Kasper. Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, das war's. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter. Ich seh den nicht. Ich seh den nicht. Ey. Setz dir mal den Hut auf. Setz dir mal die Sweetchain auf. Ja, setz auf. Ich mach das, ich mach das, ich mach das. Okay, okay. Soll ich bisschen runter oder so? So? Oh Gott. Au, so geht das nicht. So. So, ich bin schon ein bisschen älter. Bro. Jungs, ich setter jetzt hoch. Das Hühnchen, ne? Das ist nur das Hühnchen. Oh mein Gott. Jungs, bitte, nein. Digga, was kommt dir auch direkt? Was kommt dir direkt? Guck mal, wir machen etwas. Wir gehen unter die Treppe und der Gewinner kommt raus. Komm mit. Komm mit. So, wir sehen jetzt hier nichts. Prügelei. Prügelei. So. Rügelei. Guck. Hä? Ich hatte doch Geld gegeben unter der Brücke. Oh mein Gott, jetzt auf die Gleise. Oh mein Gott, oh mein Gott. Nein. Du auch. Ey, nein. Oh nein. Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, nein. Ja. Rückwärts. Oh mein Gott. Hey. Lässt mich nicht rauf gehen. Los. Lässt mich nicht rauf. Er lässt mich nicht rauf. Lässt mich nicht rauf. War kommt gleich. Okay. Ich bin frei. Ich bin frei. Ich bin frei. Nein, ich hab ihn geblieben. Einmal bitte die Bahn nehmen. Danke. Bro, bitte warte ganz kurz, es bringt mich nicht, wenn wir beide down gehen. OOOOOOOO! Das passiert, wenn du dich mit nem Krieger anlegst. So jetzt reicht's mir wohl keiner. Warte, wir reparieren den Fahrstuhl. Das war in der U-Bahn... Bitte, warte ganz kurz. Warte ganz kurz, ich komm rüber Kaspar. Oh, Kaspar! Du weißt es! Ich bin down, ich bin... Ich bin down. Lass ihn nicht... Jungs, wie schlecht seid ihr denn? Ey! Du bist aber einfach auch runtergefallen. Wieso hab ich doch gewonnen? Dieses Konfetti. Also jetzt ohne Witz, ich hol jetzt meine Würstchen hier. Na alle Jungs, wer jetzt hier überlegt, der ist der King von Gangly. Der ist der absolut... Oh mein Gott. Ich check dich, was die Meta ist, ne? Alter, diese Dinge... Wie kommt da so viel? Nein, bitte, Hilfe Jungs. Komm, 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 komm hoch. Oh! 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 Ich hab dich doch los, Jungs! Das ist so schlecht, Jungs! Oh nein! Mann, ey! Das zählt nicht. Ey, wer jetzt hier gewinnt... Aua! Wer jetzt hier gewinnt... Das große Finale, ja. Wer hier gewinnt, hat gewonnen. Okay, bin ich dabei. Das ganze Ding. Aua, hör jetzt auf! Hör auf jetzt! Ich hab nur gehört, dass der Zug sich gleich teilen wird, ne? Das wackelt auch schon. Wie, wo denn? Wo denn? Wo denn? Bei den Brettern oder so? Hör auf! Oh mein Gott! Ist sowas geheilt? Was war das? Jungs! Was los? Komm da vorne, komm da vorne! Oh mein Gott! Was ist da vorne? Ey! Was passiert mit dem Container auf dem? Ey! Ich weiß! Aua! Stopp! Die Oma, die mein Kopfnüsse! Alter! Glaubt ihr das ganze Zufall auseinander, oder was? Jungs, setz euch mal! Ich erzähle euch ne Geschichte! Ich erzähle euch ne Geschichte! Setz euch mal! Damals, wisst ihr, der allererste Zug, wie der hieß? Thomas! Wie hieß der? Thomas! Das sind die gleichesten Geschichten, Digga! Oh ne Witz, Alter! Du kriegst ja so nen Schlag! Mit deinen Müllgeschichten! Guck mal! Okay! Ich bin... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich hab' beide festgehalten, nur so zur Info! Ja! Deswegen... Oh bitte! Oh! 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 Was ist so erklärt bei dir? Oh! 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 hallo lasst mir die stange in ruhe irgendwie hat mir kann so seine seine haarlinie ist so ganz komisch ist das ich würde sagen wir gehen mal ganz als mich aufs riesenrad und ein bisschen spaß am riesenrad ich halte ich habe angehalten ich habe ich habe ich habe ein double big mac gemacht ich sehe es gerade ich mache triple big mac also die kante ist also der helft alter ich bin drin war ruhig war ruhig was ich an die bürger ich halte mich am käse ich halte mich am schablettenkäse fest wenn du ein mann bist kommst du runter nach vorne okay also jungs 1 zur zeit erst mal 1 ich frage mich immer noch was mit bürgern zahnen passiert ist ja also ich muss ja ich muss okay ich muss sagen dann für das richtiges verbrechen hast du dann hast du deinen friseur beleidigt der hatte deine mütze abgehauen das war deine mütze abgeworfen ich weiß auch gerade strafe hier wieder die richtige lösung vom leuchtturm zu werfen ja dann mach mich auch nicht runter ich tritt euch ich tritt euch mir egal du bist auch ein fußballspieler muss deine mannschaft ich bin ich weiß nicht wie es aussieht aber das war ein bein los lassen sollen wer von euch beide verbinden uns gegen kaspar deine mütze abgeworfen ich weiß ich weiß ich weiß ich beruhige mich entspann dich einfach mal ein bisschen ey meine mütze die gamme mütze das nimm ich jetzt persönlich die gamme mütze das nimm ich jetzt persönlich komm her was war das denn was ich bin mit reingefallen und meine mütze ist oben die mütze hat dahin gepinkelt wieso denn ich äh unser rutsch war auch drauf aus das ist voll eklig äh das tropft noch von oben ich warte ich warte noch nicht drauf aus oder richtig eklig ich rutsch noch mal drauf aus wie wo ich doch ausrutsche da muss ein frisch gewicht schilte sonst verklag ich den bahnhof hier ooooh alter der mörker will jetzt hinkacken der will dahin kacken du bist der nächste kaspar zuerst den pinke und jetzt hinkacken oder was na klar hier ja hallo ey wie schon immer ich joh hey das war's auch mit dir das war's auch mit dir das war's auch mit dir guck mal er gewinnt wir schenken ihm grad den win ne der zukommt er kommt nein hörte den hörte den hörte den hörte den hörte den oh mein gott oh mein gott oh mein gott kann ich nicht glauben oh mein gott oh mein gott oh mein gott was oh mein gott wo ist er er liegt da noch er liegt da noch ich liege ganz komisch komm hoch komm hoch ich komme oh 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 nein oh hä seit wann kommen so viele Zügel ey es kommt auf einmal jede Sekunde ein Zug man Jungs ihr wisst doch gar nicht was passiert werdet wo der Zug nachher ankommt na okay das ist ein ganz ganz geheimer was ganz krasser geheimer ort ja der ist ganz ganz verrückt okay sag mal da gibt es viele Süßigkeiten oh bro ich bin schon tot oh mein gott ich wollte direkt schon überfahren nein 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 ey wie kann das angehen wir sind so schlecht guck mal hier muss man den Trick machen bei dem App der ist ganz leicht ja was los was los was los das war so Jungs ja was macht man den genau so nah ja lass uns den alter digger ja okay jetzt gibt es den Kopf los Jungs jetzt gibt es den Kopf los Jungs 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 ich habe gehört es regnet heute Regenwürmer oder sowas Regenwürmer aber der Druck stimmt noch deswegen weiß ich oh Gott oh Gott alter oh mein Gott wie warm alter was ist denn das Jungs nein nein Jungs Jungs was macht denn hier immer ah oh Gott Jungs du müsstest es einmal schaffen um nicht nach 30 Sekunden zu gehen Jungs hör auf Digga nur so passiert das na gut okay du hast recht dann macht mal allein euren Kram da ich geh hier auf meine Seite ich schau mal Möcker auf diese Halbplätze hey 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 es ist kein Kermatt Jungs es wackelt das hier so es wackelt so voll Jungs Alter wir crashen gleich ey oh Gott oh Gott ich crash mein Ding oh nein Niemals okay ich bin auf dem anderen Ding drauf lass Möcker das Ding unterhauen komm auf die Seile auf die Seile nein nein ich hab dich ich hab dich ich hab dich du hast mich gar nicht oh jetzt hab dich ich hab dich ich hab dich ich hab dich ich hab Lust gelassen ich hab Lust gelassen Lass doch los oh mein Gott ich hab doch Möcker Alter ey das kann ehrlich nicht sein Jungs Mann wir müssen einmal länger überlegen Jungs ich hab gehört in diesem Aquarium gibt es ganz ganz gefährliche Fische ich hab Lust dich oder was ich hab gehört hier wohnt tatsächlich Lass davon ist meine Mütze orange redest du von dir selber Alter Alter Hä? war das meine Mütze gelb? Alter du hast ihn reingepackt du hast ihn reingepackt da rausgeholt Jungs bitte das war nur ein Spaß ich versteck dich hinter ey 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 Alter ey wie soll ich das nicht ey wo ist deine Mützin? gib mir meine Mütze zurück Yo meine Haare meine Haare sind zurück Ich hoffe, die schnappt dich. Böckan, wurdest du geholt? Ich mach grad ne Plank. Ich kletter hier hoch. Ich kletter hier hoch, Jungs. Ich bin am Beef City Aquarium. Oh Gott, ich seh dich. Okay, komm, alles gut. Jungs, warte, ich hab ne Waffe. Ich hab ne Waffe, alles gut. Ich hab nen Schlagstock. Ich komm jetzt mit nem Schlagstock. Oh, mir holen wir zusammen mit Kraten. Oh Gott. Oh mein Gott, das war knapp. Oh mein Gott. Wie seid ihr? Nein, diese Dacke hab ich ausgelockt. Ich brauch Hilfe. Hey. Ich brauch Hilfe. Alter, das hast du denn? Oh, ich komm, ich komm. Ich komm. Oh Gott, das ist mein Dacke. Ich bin unten, ich bin unten. Oh mein Schlagstock. Denk die Kraten, mach dir alles. Nehmen sie ihn, das ist was Spaß. Was soll das? Oh mein Gott. Alter. Komm mal runter. Oh Gott. Jungs, ich komm nicht zu euch. Wo seid ihr? Komm da runter, Möker. Ich frag was geht bei dir und dann sagst du ja, ich häng ein bisschen ab. Oh Gott. Oh Gott. Sag mal, Jungs, sagst du dich bei dir vorbei oder was? Ich hab ihn. Jungs. Ich hab ihn. Jungs. Nein. Nein. Was machst du denn, Kaspar? Bro, auf einmal sauf die mich fest. Ja, Jungs, schnell. Kaspar, wo ist du? Jungs. Bitte, ich kann nicht spielen. Ich zeig dir, wo Kaspar ist. Ich zeig dir. Oh nein, nein, nein. Alter, du hast ausgelockt. Äh, lass dich los. Ich hab dich. Oh mein Gott. Alter, komm mal. Ich hab dich gerettet. Guck mal, wir gehen hier aus der Tür raus und wer geht hier raus, komm. Stimmt, wir gehen einfach raus. Aber die Tür ist abgeschlossen. Oh mein Gott. Ist da geschlossen. Oh mein Gott. Ich bleib hier an der Wand. Guck mal, warum möchtest du mich? Möchtest du mich gerade den Kragen abholen? Nein, 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 nein. Er ist jung. Bitte nicht. Oh mein Gott. Das ist nämlich der Übel jetzt. Hey. Bitte. Oh nein. Wer lebt länger? Wer lebt länger? Nein. Das überlebt ihr nicht. Das überlebt ihr nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Weil er sich an der Wand frisst. Der Geil kann unter Wasser atmen. Ich kann meine Luft anhalten. Also Jungs, ich hab gehört, man kann hier dieses Ding hochklettern. Ich hab auch gesehen, dass da... Bro, du machst dich halt kaputt. Wollt ihr Beef oder was? Also eigentlich, warte mal. Man kann da eigentlich hochklettern, Jungs. Guck, pass auf. Okay. Was soll das? War aus Versehen, war aus Versehen. Ich muss hier erstmal meine Polizeiaktivitäten einstellen. Oh Gott, Jungs, Hilfe. Sekunde Hilfe. Oh Gott. Hältst du mich fest? Hast du mich? Hab dich. Versprochen? Lass los, lass los. Hab dich, alles gut. Möckern, du musst an meiner Perücke ziehen. Möckern. Ja, zieh dran. Jungs, bitte. Zieh dran, Möckern. Ja. Ja, nochmal. Weiter, weiter. Jungs, oh mein Baura. Ja, jibbi. Das hat er mit Absicht gemacht. Möckern, er hat mich einfach losgelassen. Komm, Möckern, wir gehen jetzt auf Kasper. Der hat uns mit Absicht losgelassen. Hey, 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 hey. Der fällt einfach alleine runter. Hey, Jungs, jetzt spannend euch. Auf den orangellen Clown. Hallo, wir dürfen nicht alle auf der gleichen Stelle hängen. Alter. Oh, der ist er noch. Der ist er noch. Gleichgewicht. Bro, gleichgewicht. Ich sag's doch. Bro. Oh Gott, der Wind wird immer härter. Der Wind wird immer härter. Ey, ich hab mich selber ausgenockt. Möckern. Als ob das geht. Möckern. Ja. Sehr ledig. Möckern. Ey, er hängt da unten. Er hängt da unten. Wo hängt er? Ja. Ja. Was wollt ihr? Was wollt ihr? Wir klären. Ja. Jungs, bitte. Jungs. Verdammter Axt, ey. Wow. Oh. Es war zu windig da oben. Okay, wer hier als erstes drauf geht, ist ein Noob. Wer als erstes hier drauf geht, ist ein Noob, Leute. Ja, okay, okay. Ein Noob. Für immer. Ohne Ausnahm. Immer und ewig. Ist das der Gangbeast Noob? Das ist der absolute Gangbeast Noob. Ich mach wie ein Mann gehirrt die andere Seite. Ich sag, Möckern geht drauf, ohne überhaupt was zu machen. Ich seh jetzt nicht hier mal kurz hin. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, Jungs. Oh Gott. Alter, ich fährt in der Truppe. Wir crashen. Wie fährt denn der Truck? Der fährt richtig kurz. Alter. Nochmal, 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 das Gleiche. Oh Gott. Was geht? Alter, das ist aber mutig. Oh mein Gott. Alter, was hat das denn gereicht? Das hat mich mitgenommen, Jungs. Möckern. Hopspringen, hopspringen, hopspringen. Möckern. Tschüss. Möckern. Oh Gott. Ich hab mir jetzt zu springen. Du bist von mir gar nicht hochgesprungen. Ich bin gar nicht hochgesprungen. Wie hast du das überlebt, Bro? Oh Gott. Oh Gott. Nicht rausgelockt. Nein. Nach vorne, schnell. Ich komm auf. Jungs. Nein. Oh mein Gott. Möckern. Möckern, deine Hand. Oh mein Gott. Das überlebt, Jungs. Oh. Okay, ich hab ihn. Ich hab dich, ich hab dich. Auf die andere Seite. Wie, andere Seite. Möckert hier runter. Oh Gott, das wird jetzt schnell runter. Das machst du. Alter. Alter, hast du gesehen? Andere Seite wieder, andere Seite wieder. Oh nein, oh nein, oh nein. Okay, Jungs. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Au. Kasser wollte mich noch raus. Au. 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 Ich zeig euch mal ein Rückwärts-Alto. Nein, ich bin ausgelockt. Mich verrauf. Warum? Oh mein Gott. Ehre, Mann. Ehre, Mann. Oh nein. Ich fliege, Digga. Nein. Ich glaub nicht. Ja, Kasper, ich will dir nichts sagen oder so, ne? Ich muss mir den Schuh leider anziehen. Ich bin der Gang. Okay. Ich auch nicht. Ich muss dir sagen, du hast gerade eine glückliche Erfahrung gemacht. Deiner Noob-Titel wurde übertragen an den Idioten da unten. Der da runter. Hey. Meinst du den da unten? Alter. Du meinst den. Du meinst, ah. Hey. 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 Hey, Alter. Hey, lass lassen. Uh, Limbo. Ich mach ein paar Saltos. So funktioniert Limbo nicht. Solche Armmuskel habt ihr nicht. Jungs, ich hab gehört, es gibt ganz gefährliche Haie hier draußen, ne? Die Megalodon. Mach runter den Kipik. Mach runter. Warte mal dingsten, warte, ich geh rein, ich geh runter, so. Lass rein, lass rein. Warte, das ist falsch, das ist falsch. Nochmal, nochmal. Ja, warte. So, jetzt, 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 jetzt. Oh, okay, warte. Ich geh rein, ich geh rein, ich geh rein. Okay, 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 geht rein, geht rein, geht rein, geht rein. Warte. Sag mir, wer da drin seid. Geht rein, jetzt. Geht rein, Bro. Alter, okay, danke, danke. Ready, los geht's. Ich fahr euch hoch. Ab zum Heil. Fahr uns schwer. Ihr seid ganz schön schwer. Lass uns hier oben. Oh, hier oben ist auch krass. Warte. Bro. So, war ihr euch richtig? Ey, das ist nicht dein Ernst, Mann. Was macht ihr? Wo seid ihr, wo seid ihr? Das ist nicht dein Ernst, Digga, das ist nicht dein Ernst. Wo seid ihr, ey? Dieser Geil, Mann. Das passiert davon, wer nennt ihr Noob? Guck, ich hab das Gefühl, der IQ von Kaspar ist genauso viel Luftinhalt da drin wie die Boje. Aha, merkst du ja, dass das keinen Sinn macht, oder was? Doch, hat Sinn gemacht. Was ist 9 mal 9? Was war das gerade auf dem Boot? 81. Was war das gerade? Seinmal. Ich kann mich nur entschuldigen für eben das Außersehen. Ich hab mein 56. Aspar, komm her. Mann! Mann! Guck mal. Das musst du auch ziehen. Oh Gott! Oh mein Gott, Jungs, ich steuer! Was? Ihr seht ein Motorbootfahrer, Jungs. Alter, hier ist eine extra Scholle gerade gekommen, da? Oh Gott. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Nein. Oh Gott. Ich steuer das Ding nach Hause in den Heimathafen, Jungs. Nein! Jungs, Möcker, bitte. Nein, 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 nein. Hey! Okay, du kannst loslassen. Was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Was ist los? Was ist los? Es tut mir leid. Das ist aber Wasser, das ist eiskalt. Oh Mann, helft mir doch. Warte, warte. Guck mal, ich kriege jetzt einen Hosenzieher. Ah! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott. Wie unkorrekt. Okay, komm. Battle. Okay. Okay. Die Schollen brechen auseinander. Ich bin auf dem Weg gerade. Ja, mach den Eisbären oder was? Ist das so ein Eskimo-Move? Das ist der Schrei. Das ist der Schrei. Ah! Oh mein Gott. Der Kampfschrei. Oh mein Gott. Kampfschrei. Ah, ah, ah. Wer das gewinnt ist, der Game is the one. Oh, Alter. Kalt. Auf die Moje. Kalt. Oh mein Gott, Alter. Nichts, was soll ich sagen, oder? Oh. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ah, ah, ah. Ja, 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 ja. Sama. Nein. Oh nein. Er hat dich. Er hat dich. Er hat dich. Es ist wie Simba und der andere Löwe. Oh, 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 oh. Sama, das darf nicht wahr sein. Digga, Mojkern ist aber stark. Hast du noch ein paar... Ja. Ja. Genieß das kalte Wasser, Mojkern. Oh Gott. Genieß das kalte Wasser. Okay, es tut mir leid. Ey. Ey, lass dich los. Okay. Lass dich los. In boxig.de. Was? Das geht gar nicht bei dir ab. Oh mein Gott. Das glaube ich nicht. Der hat den Superman, bro. Wie so ein... Wie so ein Delfin. Ja, da, 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 da. Bro. Das war doch Spaß. Jetzt bist du der Delfin. Das war doch Spaß. Mit dem Kopf nach vorne, Digga. Mit dem Kopf nach vorne. Das schafft er auch wieder. Das schafft er nicht. Das schafft er nicht. Ja. Oh mein Gott. Und das ist ein Hai. Links oben. Finale. Ey, Jungs, pass mal auf. Ganz kurz, ne? Wer jetzt als letztes überlebt, der hat gewonnen. Der hat ganz gern die es gewonnen. Ich gebe euch ein Zil. Macht hier nicht hektisch, weil der Boden geht weg. Ehrlich? Ist das so? Du bist ja langsamer alles. Ich glaube dir nicht. Ich glaube dir nicht. Ich glaube dir nicht. Wenn du ein Mann bist, dann... Ich glaube dir nicht. Bro, guck dir rechts. Der Boden. Der Boden. Guck doch. Der Boden. Ich spring doch. Ich spring doch hier wie ein Idiot. Nichts passiert. Ah. Okay, das merke ich mir jetzt. Lass, 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 lass. Du gehst auf mich. Du gehst auf mich, Junge. War ein Spaß, war ein Spaß. Hast du eine Gelb-Rotschmecke hier oder was? Jungs, meine, mein Hut. Ey, au. Lass Leon in Ruhe. Oh, was soll das? Jetzt lässt du Kasper in Ruhe. Alter. Alter. Lass Kasper in Ruhe. Ey, aua. Ich habe dir geholfen, Mökhan. Ich arbeite hier. Hey. Hilfe. Nein. Mökhan, glaube ich, ist einfach gewonnen, oder? Er hat alle Luftballons. Das war's. Das war's. Freunde, wenn ihr von der Merse möchtet, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Checkt auf jeden Fall hier das Video aus. Einfach hier draufklicken. Haut rein. Bis morgen. Ciao, ciao.